Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Hynia und herzlich Willkommen zu meinem ersten Call of Duty World War 2 Let's Play. Ja Freunde, heute ist es soweit. Ich zocke gemeinsam mit euch das erste Mal von zu Hause aus dieses Spiel. Ich hab's natürlich schon auf der Gamescom angetestet und vor ein paar Monaten in Los Angeles. Und muss sagen, das alte Call of Duty Feeling ist wieder da. Ich hab ja damals World War 1 gespielt, als es rausgekommen ist. Und hab das Spiel mega gefeiert und die ganzen anderen Teile wie Modern Warfare und und und. Und ja, ich bin gespannt, was uns hier in dieser Beta erwarten wird, Alter. Und ich hab einfach nur übertrieben Bock drauf. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ey. Mal gucken, ob ich halt eine gute Runde leisten werde oder nicht, weil das ist jetzt wirklich meine allererste Runde, die ich hochlade. Und ja, wir lassen uns überraschen. Werde ich verkacken oder werde ich eine gute Runde absolvieren? Und das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden in der World War 2 Beta. Und ich würde sagen, ab geht's, Alter. Uncharted kommt natürlich auch noch. Oh, das Lied ist grad voll geil. Hört ihr das im Hintergrund? Hammer. Eieieiei, oh, jetzt können wir hier sehen, die ganzen Klassen. Wir können auch die Waffen ändern, aber wir nehmen jetzt erstmal die hier. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Waffen hier. Oh, Junge, was sind das für geile Waffen? Also so saß es bei uns nicht auf der Gamescom. Aber es sind dann, glaube ich, noch nicht alle Waffen vom Spiel. Es sind noch ein paar einzelne Waffen. Ich würde sagen, wir nehmen mal die hier, Alter. Wir nehmen die Waffe hier. Das können wir noch draufpacken. Da muss man alles freischalten. Also, ihr könnt sehen, Leute. Ich bin Waffenstufe 1, 0 Punkte, alles auf 0 gesetzt. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir noch machen können. Es gibt ja keine Extrasen, die wir nehmen können. Wir können jetzt nur die Waffe hier nicht mehr ändern. Ja, sagen wir, wir starten einfach mit dieser Klasse mal rein. Wir können leider keine andere Klasse wählen. Das heißt, wir müssen hier rein starten mit der Sniper. Ja, ich überlege es mir. Soll ich oder soll ich nicht? So, Leute, es geht los, Alter. Meine erste Runde World War 2. Und jetzt werden wir sehen, ob ich abkacken werde oder ob ich reinscheißen werde. Ich habe gerade schon zwei Runden gesucht. Aber das Ding war, die waren einfach schon am Laufen. Ich wollte unbedingt eine Runde finden, wo es direkt... Oha. Da war ja gerade wirklich jemand. Irgendwann hat mich da gerade getroffen. Junge, Junge. Auf der Gamescom konnte man halbwegs quickscopen. Ich glaube nicht, dass das hier gehen wird. Und die Maps sind... Die Maps, die gab es gar nicht auf der Gamescom. Ey, scheiße, scheiße, scheiße. Egal, Leute. Komm, jetzt geht es ab, jetzt geht es ab. Ja, ich habe ihn mal bekommen. Ich habe ihn bekommen. Ich glaube, wir nehmen mal eine normale Waffe. Das wird besser sein. Wir nehmen jetzt einfach mal diese Waffe hier. Und ich werde auf jeden Fall in diesem Spiel so schwitzen, Alter. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich will wieder geile Gameplays erspielen für euch. Zeig dich. Meint ihr, der ist tot? Warte, warte. Ey, Junge, ey. Wie geil das einfach ist, Mann, ey. Boah, ich würde das die Tage so suchten. Das ist, glaube ich, heute aber der letzte Tag, wo man das spielen kann. Heute ist der letzte Tag, Leute. Ja, klar, Alter. Wie hat der mich denn so schnell bekommen? Aber ich muss erst mal ein bisschen reinfinden, Leute. Also, ihr könnt nicht von mir heute direkt die krasse Runde erwarten. Ist, wie gesagt, die allererste von mir. Boah, wie Bock das macht. Das macht so Bock, Leute. Das macht so Bock. Guck mal jetzt. Hier, Alter, du scheiß Camper, ey. Was ist das überhaupt für eine Map? Ich kenne diese Maps hier alle noch gar nicht, Leute. Ja, Wolski, Podolski, Alter. Der Öni ist am Abgehen hier. Peter, komm runter. Nein. Boah, ich bin gerade voll abgerutscht von meinem Controller. Ja, klar. Scheiß Granate hat mich bekommen. Ja, mal gucken, was da gleich mit der Sniper gehen wird hier. Ah, die Empfindlichkeit ist noch nicht so gut. Muss ich da alles irgendwie einstellen, Leute. Ich bin gerade so voll nervös. Oh, das macht so Bock, Alter. Das ist genial, ey. Das Spiel ist genial. Du Hund, Alter, du Hund. Der hat sich da versteckt in den Containern, Alter. Meint der Familienfoto mit Mülltonnen oder was? Boah, das wird so geil werden. Vielleicht werde ich das sogar die Tage streamen. Also, die zweite Beta-Runde geht ja am 1. September, glaube ich, los. Scheiße. Komm, einmal Sniper jetzt hier. Auf Rille kommen wir jetzt hier mit Sniper. Wieder Quickscopen oder was? Da hinten war doch jemand. Ah, ja, ja. Nein. Ey. Was für Hunde, Alter. Boah, ist das genial, Leute. Ich schwöre es euch. Ist mir egal, ob wir heute Minus-Kills oder Plus-Kills haben. Guck mal, jetzt da oben war der. Ist der tot? Mir egal, ob wir Minus... Oha, da rechts. Ist mir egal, ob Minus- oder Plus-Kills. Nehmt mir doch die Euer, Alter. 6-6 gerade. 6-6. Komm, ich will einen mit der Sniper töten. Hier, einen mit der Sniper. Ich werde das Spiel aber auf jeden Fall wieder so reinsuchten, Leute. Ich werde in der nächsten Folge ein bisschen so von der Gamescom erzählen. Werde ich ein bisschen von der Gamescom erzählen. Aber ich werde erstmal jetzt die heutige Folge mich auf das Gameplay versuchen, so ein bisschen zu konzentrieren, so gut es geht. Aber ja, ich kriege ein bisschen aufs Maul. Ist ja, wie gesagt, auch erste Runde, first round. Kann nicht direkt best round sein. Schade, aber auch. Ich kenne diese Maps alle noch gar nicht hier, Alter. Die anderen sind voll am Suchtigen. Boah, irgendwas ist das für eine Waffe, Alter. Ey, das ist... Ohne Witz, Leute. Ihr kennt mich. Wenn ich was geil finde, ich wiederhole das 120.000 Mal. Da war noch... Leg die Schin, leg die Schin, da kommt der letzte... Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh Mann, ich werde... Das scheiß Nachladen, ey. Die Waffe geht aber richtig ab, Mann. Ich bin die ganze Zeit im Double Time am Reden hier. Merkt ihr das, Leute? Das geht richtig ab, Mann. Genial, Alter. Kein Fliegen mehr. Einfach mal richtiges Call of Duty, wie sein sollte. Ich schwöre es euch, Alter. Boah, Junge, Alter. Reflexe sind wieder gefragt. Reflexe sind gefragt. Nein, nein. Nicht von hinten, Alter. Ey. Ey, von hinten. Hier das mal von hinten, hier. Die Gegner sind auf jeden Fall gut am Rasieren. Die haben schon doppelt so viele Punkte wie wir. Da war einer rechts, den habe ich gesehen. Aus dem Augenwinkel. Ich schwöre es euch, der war hier. Ich habe hier einen gesehen, Mann. Sie nehmen Able ein. Ich zocke... Ich zocke... Ich zocke... Ich zocke sogar extra mit Kopfhörern, Leute. Able, wo du warst? Mit Kopfhörern schön zocke, Leute. Damit wir schön hier das Feeling haben. Fühl den Shit, Öni. Fühl den Shit. Wir nehmen Able ein. Komm, komm. Ich nehme jetzt die ab. Was ist denn Typ 100 für eine Waffe? Ach, ey. Immer von hinten, Alter. Ey, 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 ey. Da, da. C, C, C. Nehmen wir mal... Wenn einer jetzt hier eine Bombe reingeworfen hat. Wieso fällt das? 11 zu 10. Ey, nur ein Pluskill. Scheiße, Halbzeit. Aber Leute, es macht übertrieben Bock, Alter. Es macht übertrieben Bock. Es ist einfach genial, Mann. Es ist genial. So. Wir machen jetzt direkt weiter. So. Runde 2 geht los, Mann. Runde 2 geht los. Okay, jetzt mach voll hier. Konzentrieren, konzentrieren. Ich habe jetzt die Empfindlichkeit ein bisschen eingestellt. Aufklärung, die Dämmung. Okay, let's go, let's go, Alter. Mein Gott, wann gab es mal Runden, wo ich wirklich nur versuche, aufs Gameplay einzugehen. Da hinten war doch einer. Ich bin doch nicht blind. Ich bin nicht blind, wie der Spieler blind, Alter. Ey, wie kann er mich kriegen, Mann, Alter. Wir nehmen einen Baker ein. Oh. Ey, dieser Hund, ey. Ich habe den noch gesehen da hinten. Ey, Mann, Gamescom war ich Sniper King. Ich war Sniper Pro. Oh, ey. Vorräte unterwegs. Schützt die Abwurfzone. Boah, Alter. Da war einer hinter mir, hinter mir. Boah, Junge, vor meiner Nase, ey. Der Feind eroberts Schatz. Ey, ich kann... Ey, immer von hinten, Alter. Ich schwöre es dir, jedes Mal von hinten. Ich kann es nicht verstehen. Ich werde mir auf jeden Fall, bis das Spiel rauskommt, ein dickes Headset holen. Das Astro A50 oder so, ein geiles Headset. Und dann geht es ab. Ey. Ey, 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 ey. Meine Güte, Leute, Alter. Ich schwöre es dir. Ich muss erst mal auf das Spiel klarkommen, ey. Ich muss erst mal klarkommen, Mann. Ich muss klarkommen, ey. Ich reg mich richtig auf hier, Mann. 13, 13. Ich werde dir nicht mit Minus die Runde beenden, Alter. Niemals. Niemals werde ich diese Runde mit dem Minuskill beenden, ja. Okay, guck mal. Jetzt geht es ab, jetzt geht es ab. Ich sage es euch, Alter. Ich sage es euch. Ich darf jetzt nur nicht zu viel reinstürmen. Aber die Map ist echt cool, Mann. Die gefällt mir schon mal. Okay, okay, okay. Beruhig dich. Beruhig dich, Öni. Oh, guck mal, wenn jetzt wieder von hinten einer kommt. Ich überrasche die jetzt mal von hinten, Leute. Da. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Da war doch ein Schuss gerade. Willst du mich verarschen? Batterie 1 feuert. Zielposition bestätigt. Oh, ey. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich bin gerade nicht zufrieden mit meiner Leistung, Leute. Das ist übertrieben, ne? Wenn ich jetzt getötet werde, dann flippe ich wieder. Guck mal da. Oh, was geht denn hier ab, Mann? Ey, ey, ey. Da war einer. Ey, da war doch gerade kein Name über den Kopf, Mann. Ja, nur ein Assist. Diesen Assist können die sich in den After stecken, ey. Lenkbomber abgemacht. Ey, ey. Ich werde dir jetzt so snipen, ne? Ich werde dir jetzt so snipen. Ich bin gerade zwei Kills im Minus, Alter. Das ist doch echt nicht... Da ist er. Okay, jetzt bleib mal ruhig, Örni. Er bleibt erobert Able. Ich bleib jetzt ruhig und wir machen das jetzt, okay? Gemeinsam sind wir stark. Wo ist der Gegner, der gerade hier lang gelaufen ist? Das ist wahrscheinlich... Ah, Sniper kannst du hier vergessen auf dieser Map, Leute. Ich schwöre es euch. Ja, guter Quickscope von mir. Na, Mann, Alter. Das war leider kein guter Start. Aber ich habe euch versprochen, ich zeige euch meine erste Runde. Darum geht es. Wirklich die erste Runde. Und bei der nächsten Folge... Da wird geiles Gameplay kommen, Alter. Das ist doch scheiße hier, ey. Ich will bitte einen mit der Sniper noch kriegen. Einen schönen Quickscope hier. Weil das scheint hier zu funktionieren, Mann. Auf der Gamescom habe ich es auch halbwegs hinbekommen. So, langsam weist man ein bisschen... Ey. Jawohl, Alter. Da war der Quickscope, Mann. Da war der. Road to... Road to Quickscope-Profi. Wisst ihr noch? Die Serie damals bei... Wo war das? Äh, 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 äh. Wo war die Serie nochmal? Äh, äh, äh. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe gerade Bock, hier zu rasieren. Rasur. Da ist doch einer. Ja, leck mich am Arsch, Alter, ey. Jetzt kriegen die es aber richtig zu... Boah, ist das denn für eine scheiß Waffe, die ich hier aufgehoben habe? Da habe ich so eine fette Bazooka-Schein-Mutter in der Hand. Ey, das ist doch nicht normal, ne? Das ist echt nicht normal, Leute. Wir haben 15, 18 noch... Baker wird gesichert. Ey, ich will nicht mit meiner ersten Runde in World War II mit Minus starten, ne? Ich will nicht mit Minus rein starten. Und das werde ich auch nicht. Ich spiele aber gerade echt nicht gut, Mann. Da gebe ich zu. Ich spiele gerade echt nicht gut, Leute. Das ist echt Schwachsinn, ey. Mann! Da, da, da. Da sind die doch. Go, 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 go. Wo ist er, wo ist er? Habe ich? Assist wieder. Nun, Assist. Jawohl, Alter. Den habe ich übrigens bekommen. Ja, klar, Alter. Aber ich finde diese Waffe geiler hier. Von nahem geht die sowas von ab. Das ist eine richtig geile Maschine. Ey, die Gegner sind aber auch alle schon am Suchten, Alter. Die ganzen Junkies hier. Das ist doch nicht wahr, Mann. Die sind sofort alle da und haben mich. Ja, schieß auf mich. Ja, fick dich. Hier, Alter. Habe ich sogar noch die Waffe gewechselt und nicht bekommen. Du Hund. Tu al-Kalb. Boah. Okay, komm, 17 noch drei Kills. Ich will... Ich brauche diese drei Kills jetzt. Ich ziehe jetzt einfach durch. Was? Wir kontrollieren alle Ziele. Das ist sehr, sehr gut. Mann. Ey. Ey, Leute, Mann. Das ist nicht wahr. Es tut mir leid, dass ich gerade hier so am Ausflipen bin. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich wieder die Sniper, Alter. Das ist nicht... Da war... Oha. Die Aufklärung sucht nach Ziel. Boah, Junge, 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 Alter. Ey, Digga, meine eigene Granate, Alter. Boah, ey, Junge. Wir nehmen Able ein. Ich muss mich beruhigen, Peter. Okay, okay, weiter. Weiter, 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 weiter. Da hinten. Ach. Mit dieser Waffe kannst du es vergessen, Alter. Mit dieser Waffe aus so einer Distanz kannst du echt vergessen. Ich muss da näher ran, Alter. Ich muss da näher ran, wieder auf Sat.1. Boah. Wo, wo, wo sind die denn alle, Mann? Ich renne die ganze Zeit. Ich kann mir nicht mal einer bei den Quere laufen hier, ey. Da, 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 da. Das sind zwei Stück. Jawohl, Alter. Jawohl, jetzt bin ich on fire. Leck mir die Eier. Ich bin on fire. Da. Hab ich. Da drüben ist noch einer. Schlech, schnell, schnell. Ey, wieder nur ein Assister, Alter. Dieser Hund klaut mir alle Kills hier. Mein Gott, ey. Komm. Komm, noch zwei Kills, dann sind wir wenigstens nicht im Minus, Alter. Ich will das packen, ich will das packen. Charlie wurde überrannt. Bitte, bitte. Da war einer, glaube ich, oder? Oh nein, ich hab, ich hab zu früh, ich hab zu spät losgelassen, Mann. Ich hab wieder die Sniper, scheiße. Feuer aus Anrohren. Zielzone 3 wird gesichert. Komm, komm, go, 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 go. Wo sind die alle, Mann? Nein. Nein, nein. Egal, komm jetzt. Ah, richtig motiviert. Nein, nein, Alter. 20, 22, Leute, Mann. Und damit war's das hier von meiner allerersten Runde World War 2. Es hat übertrieben Spaß gemacht. Der hat richtig rasiert. Also, Leute, ich werde auf jeden Fall richtig durchziehen mit diesem Spiel. Es macht mir übertrieben viel Spaß, Alter. Und ich hab hier auch damals ganz gute Runden gerissen in Black Ops 3. Und hier werde ich mein Comeback feiern. Gemeinsam mit euch. Wir werden hier gemeinsam rasieren. Glaubt mir. Lasst einen Daumen nach oben, wenn euch meine erste Runde gefallen hat. Zwar waren wir Minus, aber es geht natürlich um den Spaß, auch um das Entertainment. Und ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Und das war's dann jetzt erstmal hier von der Beta. Vielleicht werde ich noch die ein oder andere Folge erstmal aufnehmen. Aber es geht ja weiter am 4. September oder am 1. bis 4. September. Weiß ich nicht so ganz. Aber auf jeden Fall war's das jetzt hier von dieser Runde. Ich verabschiede mich. Euer Öni ist raus. Macht's gut. Haut rein. Und ciao! Ciao!